Was würdest du machen, du komisches Tier, du? Ich hasse diese Leute und ich habe das auch erklärt, aber einige Leute wollen das nicht verstehen. Ich habe eine Koranbesitzung auf den Boden geschmissen, gottlos. Das ist der Islam. Am meisten Metrosen, für Allah, sind diese Leute mit Rosen, Leute mit Rosen, jeder nicht Muslim, Hitz mit Rosen, klar und deutlich. Was soll ich für ein Statement abgeben? Die richtigeste Wahrheit, abonnieren. Warum? Weil i-box-ser-ser-belang teilweise auch hier nicht mehr. Die richtigeste Wahrheit, abonnieren.